Es sind alle Jungs ganz traurig hier, weil die Previewers jetzt schon weg sind. Ja, schon ist weg. Ja, und ich konnte Ihnen auch nicht dein Bild zeigen, Thomas. Nee, aber ganz ehrlich, die Sumitra, die hat mich ja wieder gefoppt heute Vormittag. Die sagte zu mir nämlich, hey Thomas, lass mal kurz zwei Fotos machen. Ich so, ja für was denn Sumitra? Ach, ist egal, nur für so eine Host-Action. Vielen Dank, Sumitra. So sind wir ja natürlich. Wir wollten Bilder von euch haben, ne, in Poserstellung, damit wir wissen, ob die Mädels auf euch abfahren. Und ich glaube, sie fand dich auch ganz gut. Sie meint, oh, du bist ja ein Süßer mit dem Lolli, hat Rebecca gesagt. Lag am Lolli. Ich hab's nicht genau verstanden, hat sie das echt gesagt? Ja, das hat sie gesagt. Du hast kein Mikrofon, ammer Mann. Er hat in mein Mikrofon gesprochen. Genau, das kann ich nämlich auch. Das hat sie echt gesagt? Ja, und Christoph wollten sie gleich mitnehmen. Martin, ich bin nur, ich bin so jung für dich. Und Carsten, ich fand sie nur toll, weil du mit ihr Autorennen gespielt hast. Ich hab nämlich auch all deren Platten. Ja, all deren Platten. Ich kauf mir all eure Platten. Alle, die hier auf dem Markt, die sitzen jetzt hinten im Gästeraum und lachen sich. Wenn die Mädels noch im Gästeraum sitzen, dann könnten sie ja noch mal ins Studio reinkommen. Genau, hört ihr uns, dann kommt noch mal her und dann machen wir noch mal ein Foto mit euch. Legt das Messer zur Seite. Wie das Messer? Die Mädels essen doch gerade. Die essen jetzt gerade ihren Salat. Guten Appetit. Genau, guten Appetit. Kommt noch mal rein ins Studio. Rebecca, danke. Wollen sie nicht? Vielleicht sind sie auch schon weg und essen unterwegs. Vielleicht kann Dennis sie noch mal holen. Wir wollen noch ein Foto machen. Ich glaub, die sind schon unterwegs, erst nach Vrenan. Dennis, mach doch mal bitte ein Zeichen, ob sie noch kommen oder nicht. Och, schade. 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 Und wenn wir jetzt weinen müssen, ist zwar gesund, wissen wir ja seit gestern, aber ist auch nicht so das Wahre. Na gut. Aber großartig eingekommen ist natürlich heute Need for Speed Underground. Genau, war ein super Thema bei uns im Update-Bereich. Wir haben das gleich auf eins geschoben. Moment, nur weil ich dir eben den Arsch gerettet hab, heißt das noch alleine nicht? Nein. Wir haben getauscht. Carsten hat Update heute gemacht, ich Games, und man hat direkt gesehen, wo der Erfolg herkam. Wir sollten öfters mal tauschen. Ja, finde ich. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, wie du am Steuer bist bei Need for Speed, aber... Hab ich vorhin bewiesen. Ey, Kenas, könnt ihr mal aufhören hier. Raumhaft. Ja, bei Need for Speed gehen wir wirklich super ab. Das Spiel kommt in zwei Wochen erst raus. Und wir hatten ja die Download-Links dazu bei uns im Games-Bereich, im Commons-Bereich. Übrigens gibt's den Download auch bei den Gamern. Ja, du brauchst darauf nicht hinweisen, das ist auch viel besser bei uns. Wir sind doch alles eine große Familie. Eben, genau, ob bei uns auf dem Server oder... Ich lief doch da. Ne? Coole Aktion, man muss nur aufpassen, man muss schalten auf jeden Fall beim Fahren. Ja, und nicht zurückschalten. Erst denken, dann lenken. Genau, nicht zwei Gänge zurückschalten. Wieso ich? Hilfe. Morgen haben wir... Wollen wir erst das Foto machen oder... Wollen wir heute ein Foto? Komm, wir machen jetzt ein Foto. Eins, zwei, drei. Sie sind Preluders, sind leider nicht dabei, aber wir machen es großartig. Kriegen wir das hin? Auf die Plätze und... Cheese! Super! Hervorragend! Ich finde das immer einen tollen Fortschritt, dass wir in bewegten Bildern Standbilder machen, oder? Ja. Das ist der richtige Weg. Das ist Fernsehen. Toll. Und morgen gibt's natürlich auch eine tolle Show. Wir haben die von Deutschland sucht den Superstar von der ersten Staffel dabei. Ne, nicht dich. Die Judith, weißt du, die rausgegangen ist. Ah, Judith! Ja, genau. Ich glaube, ich habe all ihre Platten. Guck mal, so sieht sie aus. Ich habe all ihre Platten, Vanessa. Ach, die ist cool. Ich freue mich auf die. Außerdem haben wir noch zwei Basketballer. Misa Nika... Nika Kbarze. Und? Stefan? Ja, super, danke, Thomas. Und eine super Show. Vielen Dank. Mit euch war es wie immer nett. Jetzt geht es hier weiter um 20 Uhr mit Gigaparty. Das sind Musikvideos und Show-Acts am laufenden Band. Um 21 Uhr gibt es Gigahelp. Ganz klar, Schuh, Büssi und Benji haben 3D-Power per Treiber-Tuning für euch. Und dann um 21.45 Uhr gibt es noch 49 wins. Wow, da könnt ihr ordentlich was abzeugen. Ihr könnt eine E-Gitarre von Yamaha gewinnen. Okay. Und um 22 Uhr dann Gigagames verpasst. Bloß nicht die Teufelskerle, ne? Und die haben heute Abend für euch The Simpsons Hit and Run. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis dann. Ciao. 1,400 Meter, still looking very good. Für eine priceless moment. In der ganzen Studie of man, all the people on this earth are truly one. Gigauופan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017